Moin Leute und herzlich Willkommen zurück zu Phasmophobia. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr da seid. Wieder da seid. Oder da seid, je nachdem. Kann ja auch sein. So, wir sind in Tanglewood unterwegs. Ich hab mir mal den Schlüssel gegönnt, damit er nicht wieder vergessen wird. Dann wollen wir mal... Achso, habe ich... Ach ja, ich guck hier nicht. Ich glaub einfach rein in das Vergnügen. Rein in das Vergnügen. Wie so ein Freizeitpark. Rein gegen Spaß am sterben und kotzen. Ich hab gar kein Licht an. Warte mal. Achso, das ist der Regen von draußen. Ich dachte, im Badezimmer das Wasser an. Oh Gott, ey. Hätte ja sein können. Der macht wieder die Pferde verrückt. Hä, was für Pferde. Mit dem Färber. Strom ist... Ja, komm, ich mach schon, ja. Ja, geht doch, ey. Alles hängt hier an mir. Ich hab nicht mal das Thermometer an, aber... Ist meine Poffel wieder hier? Die ist immer da. Ja, meine Poffel liegt wieder hier. Ich guck immer noch, obwohl es das Update ja schon jetzt länger gab. Aber ich guck immer noch nach diesen riesigen roten Kasten, ne, wenn ich nach dem Strom suche. Ich hab hier in der Garage gerade sieben Grad. Ich hab hier fünf. Okay. Wo bist du? In der Küche? Essbereich sechs. Okay, am Tisch. Sechs, drei. Ich hab hier zehn. Fünf, sieben. Okay, hier hab ich auch sieben, neun. Jetzt hab ich wieder neun. Fünf. Sechs. Tatsächlich, unten am Boden, sechs Grad, wahrscheinlich weil die warme Luft nach oben steigt. Ah, keine Fußvorreizung. Was? Aua. Aua. Gut, ich hab nen Dotz-Projektor, den platziere ich schon mal. Für dich. Hast du auch was mit reingenommen? Immer. Hast du? Immer. Was reingenommen? Ja, das, was ich immer mitnehme. Okay, lässt du davon auch was liegen? Mh. Nö, sehe ich so aus. Mh. Hab ich gerade sehr... Was war das? Würdest du was liegen lassen, wenn man dich lieb bittet? Nö. Sehe ich so aus? Lass doch mal die UV da. Hey, kannst doch selber eine mitnehmen. Nein, ich schlepp jedes Mal hier zwei Sachen rein. Du kannst ja wohl die eine Lampe da lassen. Oh, ja und wenn jetzt vorne die Tür aufgeht und ich geh raus, kann ich nicht gucken. Ja. Er ist... Er ist doch hier. Das weißt du ja gar nicht. Na sicher. Ne, das hat ja nichts zu sagen. Achtung. Wenn's die Zwillinge sind... Nein. Ja, was nein? Nein, hier hat ein einzig Kind gewohnt. Ja, hier sind jetzt 13 Grad. 13? 13 Grad? 13 Grad sind sie hier. Ist voll warm, ey, Junge. In der Küche haben wir 13 Grad. Ja, viel zu warm. Viel zu warm. Das muss runter auf 3 Grad. Oder 10 Grad. Was nehmen wir denn noch mit? Was nehmen wir denn noch mit? Was nehmen wir denn noch mit? Irgendwo das Risha-Brett? Äh, Knochen haben wir auch gar nicht geguckt bis jetzt. Ja, ich gucke ja schon. Otto. Da... Josef Garcia heißt der Gude. Was ist denn das für ein Geräusch? Ich hab ihn wieder. Bist du hier vorne? Äh, hier hat's geklappert. Äh, hier ist ein Teddy geflogen. Hier im Badezimmer ist die Tür auf. Ja, und hier ist ein Teddy geflogen. Ich hol alles hier rüber. Sag doch, der ist nicht da. Ich hab mich verlaufen. Wo ist die Tür? Hä? Wo kommst du denn her? Ja, hier ist auch ein Grad. Ja, hab ich doch gesagt. Dass der da vorne ist. Hast du gar nicht. Du hast gesagt, der ist hinten. Hab ich gesagt, glaube ich nicht. Hier sind 13 Grad. Ja, und ich hatte gesagt, ähm, wenn der Geist nicht im S-Bereich ist, dass das wahrscheinlich nicht gehört, schlechte Internetverbindung und sowas, ne? Das ist wahrscheinlich nicht mehr auf Kamera. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Aha. Aber... Also, ich hab's zumindest leise gedacht. Das hättest du hören müssen. Genau. Ich dachte, wir sind mental so miteinander verbunden, dass wir hören, was der andere denkt. Hm. Oh, die coole Cap hier, ey. Äh... Die Schränke kann man mittlerweile aufmachen? Ja, die kann man schon immer aufmachen. Schon eh mehr. Wirklich? Ja, wirklich. Okay. Josef, schreib ins Buch. Josef, ey. Ah ja, Josef. Warst du das? Ja. Zieht. Regnet. Wird sonst nass dran. Josef, wie bist du gestorben? Es geht dich gar nix an. Und warum bist du bei Nancy? Nancy? Ja, hier, überm Babybett ist ein Schild mit Nancy. Das hatte ich auch schon mal vorgelesen, falls du dich erinnerst. Nö, ich höre dir meist nicht zum Schild oder wenn du einen, dann speichere ich das nicht ab. Das ist so. Ey, Dotz. Der ist grad hinter dir gelaufen. Ich grad hinter dir gelaufen, du. Hm. So ein Bett hin. Da, hier ist er zur Wand gelaufen, hast du gesehen? Ach ne. Ne, 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 ne. Ich überleg, was ich jetzt noch mit reinnehme. Die UV-Lampe hast du ja drinnen gelassen, ne? Ja. Entschuldigung. Nehme ich erstmal nur ein Kreuzmittel, dann haben wir ja eigentlich alles drinnen, bin ich der Meinung. Dann hast du schon, ich wollte jetzt grad sonst auch noch was bringen. Was sind denn die Quests? Äh, zeichne ein paranormales Geräusch mit dem bla bla bla. 25 IMF. Voll den komischen Hintern, ey. Wo hattest du einen Grad? Äh, vor der Tür hier so, wo ich reingekommen bin. Das Kinderzimmer oder im Badezimmer? Kinderzimmer. Da, wo du grad war, drinnen warst, in dem Raum. Ja, weil ich jetzt außerhalb des Raumes was gehört habe. Ja. Vielleicht sind's die Swalanger. Der kleine Otto, du. Ne, das glaub ich nicht, das glaub ich nicht. Das glaub ich nicht, das glaub ich nicht, das glaub ich nicht. Wenn ich doch jetzt sage, wirkt das, äh, wirkt das authentischer, weißt du? Ne, eigentlich nicht so. Äh. Denkst du vielleicht ja, aber es ist nicht der Wahrheit. Das ist nicht der Wahrheit. Du hast das Licht nicht ausgemacht, dann haben wir keine Fingerabdrücke. Hallo, ist hier jemand? Ich bin hier. Rede mit mir. Joseph, schreib ins Buch. Antwort, sprich mit mir. Ne, hier ist nix. Joseph, wie bist du gestorben? Joseph, sprich mit mir. Brauchst du Hilfe? Ja, deine Bestimmung. Hä, jetzt ist wieder null? Äh, Geisterbox. Joseph, wo bist du? Hä? Der hat, oh, gemacht. Ich hab die Geisterbox hier. Hä, was war das eben? Äh, du hast doch hier das Parabolmikrofon. Aber das war da, da war null. Äh, äh. Und hier flüstern die nur. Das war so, oh. Also kann ich das nicht hören? Wäre das möglich? Jetzt redet er mit mir. Die flüstern hier nur, aber das war so, oh. Dann wär's ja, dass ich das nicht hören könnte. Aber, hä, hattest du, hattest das doch in der Hand? Ja, eben. Und ich hab nix gehört. Hä, ist ja komisch, ey. Also das Pfarrer Dingsbums ist abgeschlossen. Hä? Da war ein ganz komisches so, ähm. Wie immer, wie der immer sagt, oh. So, oh. So komisch, hat sich das angehört. Okay. Das Licht hat geflaggert. Joseph, wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Hast du das Licht? Ja. Joseph, bist du hier? Hä? Die Tür, er hat die Tür angepasst. IMF, wie viel ist ein IMF? 2. Reicht das schon für diese Quest? Warte mal. Jaja. Echt? Schon wieder IMF? Oh Gott. Ich bin so ein schreckhafter Mensch. Ich ekel mich von mir selber. Er läuft gegen das Fenster. Im F4? Aha. Im F4, ja. Er ist da genau, ist da gerade hängen geblieben. Joseph, willst du raus? Sind wir eigentlich Gefriertemperatur? Wie viel Sanity habe ich noch? Ähm, warte. 61. Okay. Eine Gefriertemperatur haben wir nicht gehabt bis dato. Er ist an dir vorbeigelaufen. Warte, ich hole mal ein Thermometer, dann kann ich nochmal ein bisschen zwischendurch gucken. Hier sitze ich anders wie sonst. Ich hau ständig mit der Maus gegen die Tastatur und bei der Tastatur verklick ich mich. Achso, ich habe ja sauber gemacht. Ja, ich habe die falsch hingelegt. Läuft bei mir. Ja. Er geht voll ab im Dots, ey. Es ist jetzt wieder IMF aber nur 2. Er ist auch gerade lang gelaufen. 1,7 Grad. Joseph, schreib ins Buch. 0,2 Grad. Oh, Geisterbox, jetzt habe ich sie auch gehört. Ja, siehste, dann war es doch die Box. Ja, aber ich habe die vorhin nicht gehabt, den Sound. Ja, ich schon. So richtig? Oh. Joseph, schreib ins Buch. Ja, ich hasse dich auch. Er ist gerade hinter dir gelaufen. Love. Die Love, Peace and Harmony. Woo. Ja, aber er hat Hate gesagt und ich unterstütze sowas nicht. Hate. I hate you. Ja, IMF habe ich jetzt 2 und 4. Ich weiß nicht, ob der vielleicht noch 5 hochgehen würde. Was sagst du? Wie bitte? Es kommt die Zeit. Wow. Dots Projektor? Ja. Hä? Haben wir doch schon. Also mit IMF 5 wäre es das Gespenst. Ja. Yo-kai und Digen wären noch über. Ähm. Ohne Momento. Yo-kai wäre jetzt noch Orbs. Und Digen wäre das Buch. Also würde ich sagen, es wird höchstwahrscheinlich das Gespenst sein. Also gefriertemperat. Nein. Hier liegt ein Kreuz, alles gut. Und das ist noch nicht mal verbrannt. Wir haben aber nur IMF 4. Hast du auch rein? Ja sicher. Aber höher als 4 sind wir noch nicht gekommen. Aber ich gehe mal davon aus, dass der IMF 5 ist. Ich denke auch, weil IMF 5 ist. Uah. Hast du es auch gehört? Ja. Du hast gar nicht geschrien. IMF 5 war keine gefriert. Warum soll ich denn nicht schreien? Das reicht ja, wenn du schreist. Ich schreie nie. Weil gefriertemperatur ist nicht gewesen eben. Ne. Du schreie nie. Auf 0,2 war das runter. Ne. Ich bin zu cool für das Game. Das ist die größte Schreiheit, den ich kenne hier, ey. Nein, bin ich nicht. Ich bin einfach zu cool, ja? Ich kann nicht schreien. Deswegen hört man dich auf durch die ganze Ort hier. Ich kack mir doch nicht bei einem Spiel wie Phasmo ein. Hallo? Wo kommen wir da hin? Ja genau. Ich erinnere mich noch an die Anfangszeit. Ich bin ja nicht so ein schreckhafter Mensch, oder was? Nein. Das siehste. Deswegen haust du mir immer fast eine runter, wenn ich dich nachts erschrecke, ne? Ist doch unfair. Ja, Einbrecher und so. Ja, genau. Aber dein Gesicht dazu ist auch der Burner. Total gelassen. Ah! Wie? Ich mach überhaupt nicht. Ah! Wie? Doch, letztes Mal auch, ey. Oh mein Gott. Nein, du hast mich erschrocken. Bitte werf mich nicht mit Wattebärchen ab. Ich bin richtiger, ich bin richtiger Mann, wenn du mich mit Wattebärchen willst, den Pflastersteine, ja? Äh. Damit ich überhaupt was spüre. Ich denke schon, dass es IMF ist. Ja, denke ich auch. Deswegen suche ich auch schon den Knochen. Äh. Ja, ich hab den auch nicht gefunden. Ähm. Ich hätte jetzt aber auch, ähm, keine, äh, kein Fotoapparat, falls ich was finde. Ja, und, wonach ich jetzt, achso, ist die Hand im ersten Zimmer. Aha. Und, wonach ich noch gar nicht geguckt habe, ist, ähm, verfluchter Gegenstand. Hm. Ähm. Nehme ich ne Kamera mit? Oh. Kamera! Äh. Was? Oh. Ich hab 10% Sanity. Oh Gottchen. Ja, du bist die ganze Zeit im Wagen, du hast noch 90% fast. Die ganze Zeit, ich war die ganze Zeit mit dir drin. Ach, hör doch auf, ich hab dich nicht gesehen. Hä, bist du, du hast mich doch auch gefragt, ob ich auch ein, äh, Dings hab hier. IMF. Ne. Wann wird du, Jasmin, wann sollen das gewesen sein, ja? Patrick, gleich knallts, ey. Bitte nicht. Gleich schrappelt's im Karton. Gleich rappelt's im Karton, dann kreist jeder Hammer auf. Lante! Ich zieh hier die Hammelbeine lang. Du, Limp. Oder so Bad Spencer mäßig. Ich ramm deinen Kopf in den Boden, bis der Randisi aus die Haus weg ist. Er hat mir das Buch geschrieben. Echt jetzt? Ja. Ah. Aber wie, ey. Das ist aber, äh, hast du ein Foto? Ne, damit hab ich nicht gerechnet. Ich war total überrascht, als ich mit den Sachen, die ich nicht brauche, wieder reingelaufen bin. Äh, nö, ich hab ja IMF mit. Und Taschenlampe und, äh, Thermometer. Ja, aber Thermometer liegt ja hier. Ne, okay. Ist ja, ist ja egal. Halt die Klappe. Wir wollen nicht streiten, ne? Hm. Komm mal rüber hier. Ich denk gar nicht dran. Ich bleib schön hier. Warum? Nur so. Weil? Und du Angst vor mir hast. Ich vor dir? Ja. Aha. Seit wann hab ich das denn? Schon immer. Ach. Seitdem ich dich schlage. Wir haben. Schlagen tut man nur mit der Zunge. Hm. So. Ich hab ein Bild vom Bude gemacht. Und Mücken. Mücken darf man auch schlagen. Hä, wieso hab ich keinen, keinen Stern gekriegt? Ich krieg nie einen Stern für irgendwas. No, du kriegst von mir ein Sternchen, wenn du die Bude mal vernünftig sauber machst. Ich sterbe heute noch. Sag mal. Aber nicht in-game. Ne. Warum hab ich denn jetzt hier keinen Stern gekriegt für? Und was hast du denn fotografiert? Das Buch. Achso, hab ich doch schon fotografiert. Drei Sterne. Profifotograf. Ja. Schön, dass ich nur ein schwarzes Bild davon gesehen hab. Steh mal früher auf. Hä? Das ist... Ja. Ich seh's nur schwärz. Ich seh dein schwarz. Das ist ein Foto. Shit. Ja. Hast du die Haustür zugemacht? Ne. Ich bin im Van. Okay, dann guck mal bitte auf die Linie. Ganz oben. Hallo. Ja. Ich dachte ich muss leise sein. Entschuldigung. Ist die immer noch ganz oben? Hey, was ist denn das hier? Neun. Ich hab was gehört. Neun. Okay, ist keine Hand. Aber ich hab auch noch keinen verfluchten Gegenstand gefunden bis jetzt. Ach. Das wär jetzt das Letzte, was noch fehlt. Und überleben. Du bist das Letzte. Was noch fehlt. Oh, du bist das Süß zu mir. Ne, das mein ich nicht. Doch, das meinst du? Ne. Doch. Nein. Bitte schon. Bitte nein. Bitte nein. Bitte ja. Nein. Äh, reagiert auf alle. Es hat etwas ins Buch geschrieben. Ja. Es wurden ein paar Überreste gefunden. Man sieht nur nix. Ja. Ich geh jetzt noch einmal durchgucken, ob ich einen verfluchten Gegenstand finde. Und wenn nicht, dann komm ich. Hab ich was? Hab ich schon eingetragen? Ja. Auf keinen Spiegel. Spieluhr irgendwo. Karten. Karten müssen wir auch nachgucken. Oh, die seh ich doch. Bim, 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 bim. Oder Hexenzirkel. Oder, oder, oder. Oh, die Linie geht schon wieder hoch. Echt jetzt? Äh. Auf wie viel ist die? Jetzt geht sie wieder runter. Jetzt hast du bei null. Okay. Ich bleibe bei vier. Oder, drei. Ach, was weiß ich. Gut gebrüllt, Löwe. Wow. 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 Wow, check this flow. Ich habe mir nie gemerkt, wo diese ganzen Gegenstände eigentlich sind. Nö. 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 Einfach? Nö. Warte, äh. Nö. Nö. Oh, da muss ich kurz drüber nachdenken. Nö. Nö. Oh, du. Hi. Was wolltest du sagen? Nix, nix, nix. Du toller Mensch, wollte ich sagen. Ja. Hier, wo du Puppe? Wo? Garage. Wo? Tatsache. Muss die Mutti erstmal reinkommen hier? Na, hier bin ich ja noch nicht gewesen. Mhm. Du musst heute Nacht nicht mit mir rumknutschen, wenn du da reingehst und alle Nadeln reindrückst. Nee. Danke. Kiba, knutschst du mit mir rum? Sehr widerlich. Toll, danke. Ach, jetzt habe ich drei Sterne gekriegt. Du nicht. Ich habe dir was zum Kuscheln für heute Nacht mitgebracht. Dein Arm hängt im Tisch. Ich würde sagen, ich würde sagen, dass wir ihn Sammy nennen. Äh, können wir abdampfen? Ja? Ja, ich habe einen getragen. Ich auch. Ich habe einen Diegen und du? Was hast du? Ja, ich auch. Es ist skurril, dass wir das gleiche haben. Ja, komisch. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Das war weg. All of my friends. Müssen wir ja eigentlich alles gefunden haben. Aye. Der Geist war Diegen. Ja, bei mir spielt. Schön. Ja. So. Ich habe 10 Dollar für den... Lass mal abgleichen. Ich habe 10 Dollar für den Geist. Ja. Ich habe 10 Dollar für das Parambol mit... Ja. 25 durchgestrichen. Ja. Also eine IMF, 10 Dollar. Ja. Knochenbeweis, 10 Dollar. Jupp. Hast du auch gekriegt? Den habe ich gesammelt. Okay. Und ich habe auch das Para-Dingsbums da gemacht. Fotos, 20 Dollar. Hast du... Warte mal. Äh, da. Ja. Ähm, finde den Geistertyp heraus, 50 Dollar. Ja. Insgesamt 150 Dollar. Was? 150 Dollar insgesamt. 200 habe ich. Wieso hast du... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Da steht täglich... Kaufe einen Gegenstand im Laden. 50 Dollar. Echt jetzt? Ja. Soll ich dir ein Foto schicken? Ich habe halt nix gekauft. Ja. Hä? Du hast nix gekauft. Ja, ich hatte ja alles noch. Ich habe ja das eine Mal, wo ich das System nicht verstanden habe, habe ich ja alles achtmal gekauft oder so. Oh Gott, ey. Ja. Ja. Und ich habe dafür jetzt Belohnung gekriegt. Ist ja frech. Ich bin nicht voll gerechtfertigt. So, Leute. Das war eine weitere Folge Phasmophobia. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Mach doch mal ein Like da. Das freut mich dann auch mal. Genau. Würde uns auch freuen. Am meisten freut mich das aber, wenn ihr wieder dabei seid. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.